Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 12. Juni. Gut, wir beginnen am heutigen Montag zunächst mit dem S&P 500, der am Freitag hier die Marke von 4.300 Punkten und den Widerstandsbereich bei 4.300 Punkte überschreiten konnte, durchbrechen konnte. Wir hatten dann im Tageshoch am Freitag bei 4.322 Punkten gelegen, ging dann aber wieder zurück und notierten dann letztendlich per Handelsschluss bei 4.298 Punkte, leicht unter der Marke von 4.300 Punkten. Zudem mit einer bärischen Tageskerze, mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Möglicherweise können wir hier also im Bereich um 4.300 Punkte dann das Verlaufshoch der Bewegung gesehen haben und zunächst erst einmal wieder zurücksetzen und dann zunächst am heutigen Montag Kurs nehmen auf den 10er EMA, der aktuell im Bereich von ungefähr 4.250 Punkten notiert. Gelingt doch ein Durchbruch über 4.300 Punkte und können wir uns über dem Widerstandsbereich bei 4.300 Punkte etablieren im S&P 500 wäre ein weiterer Hochlauf hier zum Verlaufshoch bei 4.322 Punkte zu erwarten, darüber dann mit einem weiteren Hochlauf Richtung 4.350 Punkte. Wir machen dann weiter mit dem DAX im hier vorliegenden Tagesschart. Da hatten wir in den Vortagen hier eine lange Seitwärtsbewegung gehabt, die in etwa immer im gleichen Kursniveau stattgefunden hatte. Wir konnten dabei aber den Unterstützungsbereich um 15.900, 15.920 Punkte sowie den 10er EMA weitgehend verteidigen. Am heutigen Montag notieren wir deutlich höher nach Handelseröffnung im Bereich von 16.030 Punkten. Haben wir also am heutigen Montag mit einem Gap-Up in den Handel gestartet und könnten nun möglicherweise erneut Kurs nehmen auf den nächsthöheren Widerstand bei 16.100 Punkten. Solange wir hier diese Unterstützung weiterhin verteidigen können, ist dann mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Darauf deutet auch die Notierung aktuell hin über dem 10er EMA, was auf kurzfristig weiter steigende Kurse hindeutet. Zudem haben wir wie in den Vortagen oft erwähnt hier die deutlich nach oben sich ausdehende Ichimoku-Wolke, die dann mittelfristig ebenfalls auf eher weiter steigende Notierungen hindeutet. Zu beachten ist, dass wir auf der Oberseite noch ein offenes Gap haben, hier im Bereich von 16.143 Punkten, was dann über der Marke von 16.100 Punkten angelaufen und geschlossen werden könnte. Gut und abschließend kommen wir dann zu den Markierungslinien für den heutigen Montag, für den Tags für den Long- und Short-Bereich. Da befindet sich der Short-Bereich weiterhin zwischen 16.100 und 16.150 Punkte hier am offenen Gap und der Long-Bereich dann direkt am 50er EMA der dunkelblauen Linie, die aktuell bei 15.809 Punkten notiert und der Long-Bereich dann eben zwischen 15.800 und 15.850 Punkte für den heutigen Montag. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem I&G Markets Morning Call für den heutigen Montag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Dienstag mit dem I&G Markets Morning Call und später noch mit dem I&G Markets Chartflash. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn und viel Erfolg im heutigen Trading. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn und viel Erfolg im heutigen Montag.